Hallo, du bist also mein neuer Pilot. Wow, unglaublich. Bevor wir hochfliegen, musst du noch ein paar Dinge erfüllen. Du musst dich online anmelden, ein Training abschließen, den Test bestehen. Wow, das war ja einfach. Du hast also nicht nur ein hübsches Gesicht. Gut, dass du schon im Voraus checkst, wo es uns erlaubt ist zu fliegen und wo nicht. Oh, tut mir leid. Sogar ein kluger Kopf wie du weiß es besser. Lies das Handbuch. Willst du mich nun fliegen oder nicht? Au, Paul, meinst du das ernst? Behalte mich in Sicht, immer. Du willst mich doch nicht verlieren. Geht's noch? Lass mich nie höher als 120 Meter fliegen. Und nicht zu nah an andere Objekte und Flughäfen heran oder über Menschengruppen fliegen. Okay, verstehe. Ach, cool. Eine Poolparty. Autsch! Paul, das ist nicht witzig. Wir dürfen keine Fotos oder Videos von Menschen machen ohne deren Erlaubnis. Eine Drohne zu fliegen bereitet Spaß und ist auch gar nicht so schwer, wenn man sich an einige Regeln hält. Melde dich an. Check, wo du fliegen darfst und wo nicht. Behalte die Drohne in Sicht. Flieg nicht höher als 120 Meter und flieg nicht nah an andere Objekte oder Flughäfen heran. Und dringe nicht in die Privatsphäre anderer ein. Dann bist du ein richtig guter Pilot. E folgott! Hyggott! WihyeuffMing 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 Vielen Dank.